Hat Asta immer noch starkes Anstiegspotenzial, 20x aufwärts, obwohl er schon so stark gestiegen ist. Also von dem Zeitpunkt, wo ich es vorgestellt hatte, definitiv, das Potenzial ist drin, wenn die Anwendung natürlich kommt. Aber die Anwendung bei Asta ist ja jetzt schon sehr stark gekommen. Und wenn es so weitergehen sollte mit dem Dap-Staking, dann wird da sehr wahrscheinlich was Gutes daraus werden. Stadtsparkasse ist echt wie dieser eine Freund, der den Lehrer noch fragt, ob es Hausaufgaben gibt am Ende der Stunde. Da muss man raus. Ja, muss jeder für sich wissen. Ich bin kein Fan von Sparkasse. Werden die Altcoins wieder fallen oder wird es eine Altcoin-Season geben? Also die Frage hatten wir gerade schon eigentlich, Hans-Peter. Die Altcoins werden natürlich, wenn Bitcoin jetzt stark fällt, nachziehen. Aber wir haben bisher in der Geschichte des Kryptomarktes, in dieser Studie hier habe ich die Bitcoin-Season ausgewertet und geguckt, was die folgende Altcoin-Season war. Und wir hatten eigentlich immer eine Altcoin-Season. Die waren natürlich schwach, wenn wir nicht so stark die Dominanz bei Bitcoin verloren haben. Aber wir sind aktuell, wir waren bei 54% Dominanz. Sagen wir, wir fallen auf 30, 35%, was möglich ist bei Bitcoin. Dann haben wir fast 20% Dominanz verloren bei Bitcoin und da ist gut was drin bei 20%. Wenn wir sowas wie 10% verlieren, dann wird es so eine, ja, so eine Altcoin-Season ist gut, aber ist jetzt nicht der Burner. Aber sowas wie alles über 17% bis sogar 35% wäre genial. 35% glaube ich persönlich, dass wir das nie wieder sehen werden. Oder es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir wieder, jemals wieder in der Altcoin-Season sehen werden, wo Bitcoin 35% Dominanz verliert. Warum? Wir hatten Bankencrash, wir hatten ETF-Hype, wir hatten Grayscale-Sieg vor Gericht. Wir hatten jetzt das ETF-Listing. Wir hatten so viele Events, die Bitcoin hochhypen. Und wir haben es nicht geschafft, 60% bis 70% Dominanz bei Bitcoin zu knacken. Wir schaffen es nicht, weil der Altcoin-Markt wird immer stärker. Blocktrainer, was sagst du dazu? Was sagst du dazu, dass Matic gleiche GAS-Fee-Nachfrage hat wie im Boron? Was sagst du dazu, dass Solana doppelt und dreifach mehr GAS-Fee-Nachfrage hat als im Boron? Was sagst du dazu, dass diese ganzen Shitcoins unfassbar fahrt aufnehmen? Was sagst du dazu, Blocktrainer? Nein, Spaß beiseite. Die Altcoin-Season wird kommen. Und es hängt natürlich damit zusammen, wie viel Dominanz Bitcoin verliert und wie stark sie schlussendlich dadurch wird. Das Gute ist, oder das Traurige ist, dass Bitcoin nie wieder 60, meiner Meinung nach sehr schwer 60 bis 70% Dominanz erreichen wird. Früher war der Altcoin-Markt nicht das, was er heutzutage ist. Der Altcoin-Markt heutzutage ist einfach nur krank. Falls jemand hier nach einer Börse für den Krypto-Einkauf sucht, so kann ich klipp und klar mit bestem Gewissen BitWafo empfehlen. Günstig, sicher und EU-reguliert und sogar versichert bis 100.000 Euro vor Diebstahl und Hacks gibt es über meinen Link. 10 Euro Startguthaben, die ersten 1000 Euro gebührenfrei und ihr unterstützt meine Arbeit.